Was ist eigentlich ein Kindergarten? Bildungseinrichtung oder Bällebad? In der Debatte um Personalmangel in Kitas und Kindergärten fühlt es sich mittlerweile so an, als könne einfach jeder Erzieher werden. Rentner und ukrainische Frauen könnten ja einspringen, heißt es aktuell. Der Ulmer Erzieher Marco Kerler ist seit zwölf Jahren pädagogische Fachkraft in einem Kindergarten. Marco, welchen Stellenwert hat dein Beruf eigentlich noch? Also ich weiß in letzter Zeit einfach nicht, wie unsere Arbeit genau gesehen wird. Sicherlich, ich habe viel Kontakt zu Eltern. Bei manchen geht es, glaube ich, oftmals nur noch darum, dass das Kind untergebracht ist, was ich natürlich auch verstehen kann, weil die sozialen Belange auch wichtig sind. Aber wir sind einfach mehr als nur eine Einrichtung, bei der man sein Kind abgibt. Wir sind tatsächlich für Bildung und Betreuung angestellt und nicht nur für Betreuung. Und Bildung ist ein großer Punkt, auf den wir sehr viel Wert legen, der auch ein Hauptpunkt unserer Arbeit ist. Also kann denn einfach jeder Erzieher werden? Der Fachkräftemangel, der war ja vorher abzusehen. Das ist schon, seitdem ich angefangen habe, wurde das Personal immer weniger und es kam kaum was nach. Man wusste das. Ich weiß nicht, warum man jetzt, wenn es wirklich noch weniger wird, weil das Personal wird natürlich auch älter, dass man dann erst eingreift. Ich glaube nicht, dass jeder Erzieher werden kann. Ich vertraue einfach darauf, dass man wirklich noch eine Ausbildung machen muss, dass es noch überprüft wird und dass es nicht von heute aus morgen heißt, ich bin Erzieher, weil es gibt unterschiedliche Pädagogiken. Man sollte sich damit auskennen, weil man kann viel falsch machen. In den sozialen Netzwerken hast du einen offenen Brief geschrieben. Warum ist dir das Thema denn so wichtig? Mir ist es einfach wichtig, weil es auch um die Zukunft unserer Kinder geht, weil ich im Bildungssystem einfach sehe, ich meine, Deutschland beklagt sich jahrelang, dass unser Bildungssystem so schlecht sei. Dann mach doch nicht am Anfang alles schon kaputt. Das kann ja wohl nicht so funktionieren. Ich meine, da braucht man sich nicht wundern, wenn die Kleinsten schon quasi die geringste Wertschätzung abbekommen. Wie soll das dann später weiterlaufen? Geht es denn überhaupt um Personalmangel oder um fehlende, auch wirklich attraktive Arbeitsplätze? Schon während der Ausbildung machen viele natürlich ihr Fachabi und dann überlegen sie sich, arbeite ich jetzt wirklich im Kindergarten oder lege ich einfach noch ein Satz-Ped-Studium drauf und arbeite in was anderes? Das sind halt Leute, qualitativ gute Leute, die uns dann letztendlich im Kindergarten fehlen. Ich meine, ich mache die Sache mit Herzblut und hätte auch gern Personal, das genauso arbeitet. Also zum Glück arbeite ich in einem guten Team, muss ich dazu sagen. Aber das Personal, das nachkommt, sollte halt genau auf demselben Stand sein. Allgemein glaube ich gerade in jedem Ausbildungsberuf so, dass da irgendwie schwächelt. Warum machst du denn den Job? Also wichtig ist bei mir selbst persönlich, ist bei dem Beruf ganz spannend eben, wie ich durch die Kindersachen neu wahrnehme, weil wir ständig mit den Kindern auf Entdeckungsreise gehen müssen. Die Kinder fragen uns Sachen, die wissen wir einfach gar nicht. Da müssen wir wieder selber lernen und dann mit den Kindern aufs Suchen gehen. Da kommen zum Teil philosophische Fragen. Ich weiß noch, wie ein Kind sagte, du, der Schnee kann böse und gut sein. Der Schnee, den kann ich zum Schlüttenfahren gebrauchen, aber der Schnee kann auch auf mich herabfallen und dann verletzt er mich. Die kleinen Philosophen, dann bricht doch mal eine Lanze. Warum soll man diese Ausbildung machen? Weil man einfach ultra kreativ sein darf und sein muss, weil man sehr flexibel arbeitet. Also es ist kein 0815 Job, in dem ich stupide immer dasselbe Programm abfahren kann. Man muss wirklich sich ständig verändern, weil in der Gesellschaft sind Veränderungen. Das merken wir natürlich auch schon im Kindergarten und das ist einfach das Spannende. Immer am Ball bleiben. Wenn man dazu keine Lust mehr hat, dann wird es schwierig und deswegen wirklich Personal, das mit Herzblut dabei ist. So etwas brauchen wir und nicht irgendjemanden, den man gerade nicht irgendwo anders unterbringen kann. Vielen Dank, Marco Kerler. Tschüss. Der Ulmer ist seit zwölf Jahren pädagogische Fachkraft in einem Kindergarten im Altdonaukreis und hat zur laufenden Erzieherdebatte um Personalmangel einen offenen Brief geschrieben. Den findet ihr auf donau3fm.de. Ich bin Paolo Percocco. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Donau 3 FM. Einfach gut informiert. Vielen Dank. Vielen Dank.